Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Arcania. Wir befinden uns hier in der Grabstätte des Lord Dominique. Wo ein paar Grabwächter stehen, die mich aber nicht angreifen. Erstmal den Hebel für den Ausgang und speichern und angreifen. Ich kann die tatsächlich einzeln angreifen. Sehr schön. Das war's mit einzeln. Schade. Ja, schön. Schade. Ja, heute ist der Part, auf dem alle Parts auch aufbauen. Die ich privat... Ach du Scheiße, das Feuer. Ich hab gar nicht gemerkt, wie stark das Feuer grad war. Das war vielleicht ein Fehler. Ah, fuck. Der ist ganz schön hart. Ah, Mist. Beinahe hätten wir ihn. Beinahe hätte ich ihn gehabt. Glück gehabt. Zule kann man nur ein Level abbekommen. So. Methanischer Stechhelm. Noch einmal. Heiliger Störnreif. Der Störnreif von Lord Dominique. Inneres Macht schlummert in ihm. Und ein mysteriöser alter Schlüssel. Was ist denn eine mysteriöse alte Schlüssel da? Gab's hier eine Truie, die ich nicht öffnen konnte? Hm, ich seh keine. Gut. Wie gesagt, heute ist der Part, an dem alle Parts zusammenlaufen werden, die ich da gemacht habe. Wir werden eine kleine Dialogoption mit Syrah gleich durchgehen. Wenn wir wieder in der Festung sind. Und, ähm, da werden dann quasi die Entscheidungen, die wir getroffen haben, nochmal Revue passiert. Wow. Wenn ich hier nicht vorher verkacke, wie so ein letzter Volldepp. Wahnsinn. Ja, genau. So. Ja, da möchte ich vielleicht nicht runter. Ah, ich glaub, ich weiß wofür. Schlüssel entfernt, ja. Hierfür war der Schlüssel. Okay. Gut. Dann auf in die Festung. Stehst du immer noch hier? Gut, dass du da bist. Oberst Festung. Vorplatz. Hallo. Der will nicht mit mir reden. Auch gut. Edelmann von einer fernen Insel. Du beliebst zu scherzen. Was gibt's? Ja, wir sind ein Edelmann von einer fernen Insel. Ich möchte mir deine Waren ansehen. Und die Haare sind schon wieder schwarz. Oh, das sind viele. 46 können wir verkaufen. Valentinischer Silber, alte Zange. Kurzen Messer. Altes Nordmarschwert. Zange. Dieser Gegenstand kann nicht verkauft werden. Okay. Hatte ich auch noch nicht. Aufmerkschwert. Großschwert. Aber auch ein Schwert. Verstärkte Armbrust. Ramponierte Armbrust. Antike Armbrust. Verwitterter Freiheitsschild. Stärkter Schild. Das hier kann weg. Das hier kann weg. Einer davon. Drei Stück hiervon. Drei Stück hiervon. Fünfzehn dortvon. Und sonst einen hiervon noch. Trocknete Kräuter. Das hier. Das hier. Aha. Und das war's. Ansonsten ein Nordmarschwert noch. Und Blutnattern Armbrüste. Vielen Dank. Es ist gut, einen tapferen Streiter an unserer Seite zu sehen. Du siehst aus wie ein vielbeschäftigter Mann. Vielleicht bin ich das. Vielleicht bin ich das auch nicht. So. Und jetzt. Der Zeitpunkt, worauf ich hingearbeitet hab. Wie lange kennst du Diego schon? Beinahe so lange, wie ich den König kenne. Du wusstest also schon in Stuag, dass ich für Diego gearbeitet habe? Diego ist nicht der Einzige, der sich Ohren kauft. Eigentlich wollte ich ihn im Auge behalten, aber du warst interessant. Warum hast du damals Darta nicht einfach selbst aus dem Weg geräumt? Lustigerweise hatte ich genau das vor, als du aufgetaucht bist. Und? Was hat dich aufgehalten? Du. Ich wollte sehen, wie du mit der Lage zurechtkommst. Du hast einfach zugeguckt, wie ich den Botenjungen für Laun gespielt habe? Ja. Du hast mich aber überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass den Fischern noch zu helfen ist. Respekt. Was hast du denn in Stuag gesucht? Ich sollte Meermund unterstützen. Meermund? Da habe ich dir aber einen ordentlichen Strich durch die Rechnung gemacht. Das hast du. Und Stuags Untergang herbeibeschworen. Wieso das denn? Mit Herthan an der Macht haben wir keine andere Wahl, als Stuag in Schutt und Asche zu legen. Keine Wahl? Warum lasst ihr Stuag nicht einfach in Ruhe? Weil wir die Inseln einen wollen, um ihnen den Frieden des Königs zu bringen. Frieden? Durch Krieg? Ich. Nun, seit die Untoten die Stadt eingenommen haben, spielt es ja eigentlich keine Rolle mehr. Was ist mit Dantero? Hat es zu seinen Befehlen gehört, einen Innos-Priester zu ermorden? Wenn ich mit Danteros Methoden einverstanden wäre, würde er nicht für Hagen arbeiten. Ich habe versucht, ihn in Tushu abzufangen, aber seine Spur hat sich in Luft aufgelöst. Dantero habe ich vor den Tempeltoren eingeholt. Ich werde ihn nicht vermissen. Hast du im Tempel eine Wunderwaffe gefunden? Hagen hätte dort nicht gefunden, was er gesucht hat. Wegen der Geschichte mit dem Sonnenschein? Nichts für ungut. Ich bin nicht aus Glas, weißt du? Und ich hätte es an deiner Stelle nicht anders gemacht. Ja. Das ist das, was ich euch zeigen wollte. Jetzt kommen wir zu den Möglichkeiten, die es nicht äh die anders wären. Sagen wir es so. Die anders wären. Machen wir erstmal wieder dasselbe. Also. Na? Loan. Alles bis auf Wetter schreien. Das heißt, ich habe Sonne gemacht. Also ich wollte, habe zu ihr gesagt, hey, ich möchte Sonnenschein gerne haben. Und habe dann aber Regen beschworen. Wie lange kennst du beinahe so Also. Die Hege Warum Lustig Und Du Du hast Ja Rest Was hast du denn denn Stu Ich sollte mehr das Wieso Mit Keine Weil wir Frieden Ich Was ist Wenn Dann Terror habe ich vor den Ich Hast du Hm. Ha. So. Wegen der Geschichte mit dem Wetterschreien Nichts für ungut. Ich bin nicht aus Glas, weißt du? Dass du für mich danach Sonnenschein herbeigehext hast, war süß. Dumm, aber süß. Und eigentlich haben wir Regen. Also das ist Das ist quasi so ein Ja, Fehler. Der merkt nur Okay, ich habe mich damals dann doch für sie entschieden und nicht für meinen eigenen Sinne. Und ja. So, dann haben wir aber noch Bla 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 Oder habe ich noch einmal den Spielstand Da wollte ich Regenschauer haben habe aber Sonne gemacht Ja, und wie man auch sehen kann habe ich hier genau das andere gemacht Wenn ich mit Dantin Ich wäre Wegen der Geschichte mit dem Wetterschreien Nichts für ungut Ich bin nicht aus Glas, weißt du? Dass du für mich danach Sonnenschein herbeigehext hast, war süß. Dumm, aber süß. Und da wäre es nämlich genau richtig gewesen. So. Da kommt also nichts anderes, wollte ich euch damit nur sagen. Dann haben wir noch das hier Dann haben wir noch das hier Und? Das ist also quasi alle anderen Wege. Ich habe Murtra gemacht, ich habe Regen weggeholfen und ich wollte Regen und habe Regen gemacht. Wie lange kennst du Diego schon? Beinahe so lange, wie ich den König kenne. Du wusstest also schon in Stuart, dass ich für Diego gearbeitet habe? Diego ist nicht der Einzige, der sich Ohren kauft. Eigentlich wollte ich ihn im Auge behalten, aber du warst interessant. Warum hast du damals Dantin nicht einfach selbst aus dem Weg geräumt? Lustigerweise hatte ich genau das vor, als du aufgetaucht bist. Und? Was hat dich aufgehalten? Du? Ich wollte sehen, wie du mit der Lage zurechtkommst. Du hast einfach zugeguckt, wie ich mich mit Murtra herumgeärgert habe? Ich hätte nicht gedacht, dass die Idee mit den Pilzen funktioniert. Auf dem Weg nach Stuart habe ich Hank gesehen. Er hat etwas über Spinnen geschrien und versucht, seine Haut auszuziehen. Okay. Was hast du denn in Stuart gesucht? Ich sollte Meermund unterstützen. Du solltest Meermund vor den Rebellen retten? Eigentlich wollte ich ihn bei seiner Arbeit unterstützen. Renwick war noch zu zögerlich. Meermund ist also einer deiner Agenten? Einer meiner besten Schüler, trotz seines Alters. Winstern hat mir also die Wahrheit gesagt. Renwick hat Stuart verraten. So einfach ist das nicht. Du hast geholfen, einen Krieg mit Stuart zu verhindern. Was ist mit Dantero? Hat es zu seinen Befehlen gehört, einen Innos-Priester zu ermorden? Wenn ich mit Danteros Methoden einverstanden wäre, würde er nicht für Hagen arbeiten. Ich habe versucht, ihn in Tushu abzufangen, aber seine Spur hat sich in Luft aufgelöst. Dantero habe ich vor den Tempeltoren eingeholt. Ich werde ihn nicht vermissen. Hast du im Tempel eine Wunderwaffe gefunden? Hagen hätte dort nicht gefunden, was er gesucht hat. Wegen der Geschichte mit dem Regen nichts für ungut. Ich bin nicht aus Glas, weißt du? Und ich hätte es an deiner Stelle nicht anders gemacht. Ja, und damit kennen wir jetzt auch die Wahrheit über Renwick und Hertha. Renwick war auf der Seite von Mertana. Musste noch überzeugt werden. Meermund war der Spion. Und Hertha war dagegen. Aber, das schocken wir schon. Du kommst gerade ungelegen. Könighrober. Der Dritte. Wir sind soweit. Die Schatten. ist in Feuer gebadet. Zusammen haben wir die Welt geschmiedet. Nein. Es war nur ein Traum. Ein prophetischer Traum. Ich habe dein Abbild in einem Tempel gesehen. Wie es aussieht, sind wir beide die Spielfiguren einer höheren Macht. nicht mehr. Ich habe die Götter und ihre Dämonen aus der Welt vertrieben. Moment. Du hast die Götter vertrieben? Reden wir von Inos, Adanos und Belia? Zusammen mit einem Magier namens Das ist ein guter Spruch. Das ist wirklich ein guter Spruch. Das ist halt echt so. Du kennst Xardas? Lässt er dich auch nach seiner Pfeife tanzen? Sein Rat ist weise, aber Vorsicht. Xardas hat nur einen Freund. Sich selbst. Man kann ihm also nicht trauen? Auf seine Art ist er ehrlich. Er hilft nur, wenn es ihm nützt. Xardas hat gesagt, der Schutz auf deinem Geist wird nicht lange halten. Sag uns, wie wir dir helfen können. Das Amulett des Schläfers, wo ist es? Wir haben dieses Ding in den Tempel des Inos bringen lassen. Die Hochbadia hatten einen verderblichen Einfluss gespürt. Um was für ein Amulett geht es? Das Amulett des Schläfers. Eine blinde Frau hat es mir gegeben vor dem Krieg. Sie hat gesagt, ich sei auserwählt, es zu seinem Bestimmungsort zu bringen. Eine blinde Frau? Ich hätte es ahnen müssen. Ich habe zugesagt der alten Zeiten willen. Doch ich wollte alles zuerst in Ordnung bringen. Argan befreien und davor Myrthana. Aber dafür war keine Zeit. Was ist passiert? Das Amulett. Es war das Gefängnis eines Dämons. Aber es war zu lange von seiner Ruhestätte entfernt. Das Siegel wurde jeden Tag, den ich auf dem Schlachtfeld verbracht habe, schwächer. Bis der Dämon schließlich seine Fühler ausgestreckt hat. Nach mir. Er hat sein Gefängnis verlassen und nagt an meiner Seele. Hagen, bring mir das Amulett. Dieser Mann muss es zum Kloster an der Meeresklippe bringen. Er ist ein Auserwählter wie ich. Wir können das Amulett zur Zeit nicht aus dem Tempel holen, eure Hoheit. Weil die Hochmagier es nicht zerstören konnten, haben sie es hinter eine magische Barriere gebannt. Dann lassen wir sie die Barriere wieder aufheben. Wo ist das Problem? Sie sind tot. Der Urhang hat sich damit gebrüstet, dass sich der Tempel jetzt in den Händen der Belia-Kultisten befindet. Sie halten diese Dämonenfrau namens Xesha für eine Dienerin ihres dunklen Gottes. Wenn Xesha ihre Schergen in den Enos-Tempel schickt, muss sie hinter dem Amulett her sein. Wahrscheinlich versuchen sie gerade die Barriere zu knacken. Das wäre theoretisch möglich. Merdarion, Ningal und ich dürften die Barriere mit vereinten Kräften ebenfalls bannen können. Wo sind Merdarion und Ningal? Merdarion ist bereits im Tempeldistrikt. Ningal wollte zu ihm gehen, sobald er das Armenviertel gesichert hat. Am besten redest du mit Daraanes. Sie wollten sich mit ihm absprechen. Ningal ist ein Großmaul. Ich habe das Armenviertel gesichert. Das erklärt einiges. Lass uns gehen, Milton. Ich muss noch die nötigen Komponenten vorbereiten und mit dem König reden. Geh vor, ich komme nach. Daraanes müsste noch in Diegos Anwesen sein. Oder er ist schon in der Kanalisation unter dem Tempeldistrikt. Er wollte sie nämlich inspizieren. Bevor ich vom Hof hier verbannt wurde, habe ich einen Teleporterkreis geschaffen, der die Festung mit Diegos Anwesen verbindet. Nutze ihn, dann sparst du Zeit. Ja. Mein Freund, du übertriffst jedes Mal meine Erwartungen, dass ich meinen alten Kameraden zurück habe. Ist nicht von Dauer. Genieße es, solange es anhält. Wo ist Gorn? Ich habe jemanden zum Westtor geschickt, um nach ihm zu schauen. Aber er ist nicht mehr da. Die Händler haben gesagt, er sei plötzlich mit gezückter Axt losgerannt, über die Hafenbrücke. Hm. Der König scheint ja wieder ganz der Alte zu sein. Du klingst fast enttäuscht. Was? Stellst du meine Loyalität infrage? Beruhig dich, Hagen. Du siehst aus wie ein gekochter Hummer. Eins frage ich mich. Wie hast du die Katastrophe im Bluttal überlebt? Da du uns gerettet hast, werde ich über diese Anmaßung hinwegsehen. Deine Frage ist einfach zu beantworten. Ich war nicht da. Du bist geflohen. Ich hatte eine Nachricht erhalten. Druhrhang hat versucht, den König zu ermorden. Die königliche Garde hat das Schlimmste verhindert. Aber sie hat meine Hilfe benötigt gegen die Blutnattern. Ich bin sofort mit meinen besten Männer losgezogen. Die Schlacht im Bluttal war bereits so gut wie gewonnen. Warum waren die Blutnattern nicht auf dem Schlachtfeld? Druhrhangs Schiff ist gegen Seetarif in See gestochen. Aber seine Männer waren nicht an Bord. Okay. Was für ein mieses Schwein. Wenn du die Götter und Dämonen verbannt hast, was ist dann mit dem Dämon, der an deiner Seele nagt? Ich weiß. Es beunruhigt mich auch. Vielleicht, vielleicht gibt es mehr auf dieser Welt, als wir denken. Warum soll ich das Amulett zum Kloster bringen? Das weiß nur die blinde Frau. Ich vermute, das Kloster birgt ein Geheimnis. Nein. 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 Und das war's. Er ist wieder korrumpiert. Kann man fast sagen. Äh. Der entweite Tempel. Das ist ja. Dann gehen wir, glaube ich, mal zurück zu Diegos Anwesen. Reden noch einmal mit Syrah oder Daka oder... Der König. Er ist wieder er selbst. Es wird nicht lange halten. Aber mit seinem Wissen werden wir das Übel aus seinem Geist vertreiben können. Und damit haben sich halt auch alle anderen Fragen geklärt, wie das passiert ist. Also, Drohang war an einem Schuld, hat Fischir angegriffen, hat im Blutteil das angerichtet. Beziehungsweise Zescher. Ja. Das Amulett des Schläfers kommt von Lurka. Die hat wahrscheinlich irgendwas mit sehr schön. Ropa geht's anscheinend wieder ganz gut. Ich habe Diego und Milton gefunden. Oh, wusste ich's doch, dass sie nicht mehr im Hafen sind. Ja. Nur da, wo sie jetzt waren, war auch nicht besser. Hast du Diego gefunden? Ja, es geht ihm gut. Wo ist Aranes? Ich muss dringend mit ihm sprechen. unten in der Kanalisation. Es sind noch zwei Magier aufgetaucht, die sind bei ihm. Ich möchte... Ja, das ist safe, die Frau von Diego. Das ist safe, die Frau von Diego. Safe. Ich würde sogar sagen, da könnte ich meine Hand für ins Feuer legen. Gut. Dann. Der entweite Tempel. Uh, da. Es ist dir gelungen, zu Robert III. vorzudringen und ihm einen Moment der Klarheit zu verschaffen. Robert III. hat dir erzählt, dass ihm eine alte, blinde Frau vor einigen Jahren ein Amulett anvertraut hat. Ein Amulett des Schläfers. Er sollte dieses Amulett zu dem Kloster bringen, das auf der Klippe östlich des Sumpflandes steht. Wegen des Krieges hat Robert III. das Amulett nicht an seinen Bestimmungsort gebracht. Mittlerweile ist er davon überzeugt, dass es genau dieser Umstand ist, der den Dämon, der in seinem Herzen wächst, an die Schwelle zur Welt gelockt hat. Die Macht des Dämons ist so groß, als dass Robert III. das Amulett selbst an seinen Bestimmungsort bringen könnte. Er hat deshalb dicht darum gebeten, diese Aufgabe zu übernehmen. Doch das Amulett des Schläfers befindet sich nicht mehr im Besitz von Robert III. Die Innos-Priester im Gefolge des mythanischen Königs haben es in den Tempel von Zonjara gebracht, der in der Zwischenzeit von Belia-Kultisten eingenommen wurde. Der entweite Tempel Eine Gruppe von Belia-Kultisten, die zu Drohan gehört hat, hat den Innos-Tempel von Zonjara erobert und mit einer magischen Barriere umgeben. Daranes hat die Barriere zusammen mit Ninga und Medarion untersucht. Er befindet sich wahrscheinlich in der Kanalisation unter dem Tempelfürte. Das Amulett des Schläfers Ego-Sick-Tale. Aha. Jetzt weiß ich auch, warum ich da lang kann. Warum bist du hier? Ja, warum bin ich hier? Hallo, mein Freund. Ist alles in Ordnung? Jäger und Milton sind beim König. Ich muss dringend wissen, was im Innos-Tempel los ist. Vor einiger Zeit wurde dort ein magischer Kampf ausgetragen. Jetzt ist der Tempel durch eine Barriere von der Außenwelt abgeschnitten. Wo sind Ningal und Medarion? Medarion hat von einem vergessenen Eingang zu den Katakomben erfahren, die unter dem Tempel liegen. Er wollte ihn gegen die Untoten sichern. Ningal ist vor kurzem hier durch. Soll ich dir aufmachen? Unbedingt. Ich bin bereit. Ab in die Festung. Hä? Ich habe zu tun. Okay, das war glaube ich noch ein Bug. Zum Glück hat er mich jetzt nicht in die Festung teleportiert. Aber das wird böse enden. Ah, drei Nahkämpfer ist okay. Kriegen wir ihn. Ah, ah. Glück gehabt Richtig viel Glück gehabt mal wieder Richtig viel Glück gehabt War ich da schon? Ne da war ich noch nicht Das heißt Das können wir jetzt zu Ende machen Da brauchen wir dann auch nur noch ein von Und von Belia Artefakten brauchen wir dann noch zwei So Der Ranes hat dir erzählt Dass ich unter dem Tempel Katakomben befinde Die in dem Tempel hineinführen Merdarion und Ningal sind in die Katakomben hinabgestiegen Folge ihnen in die Katakomben und rede mit Merdarion Ja Mit Ningal braucht man nicht reden Ah Na ihr? Sehe ich aus als hätte ich Zeit Ah Unser jüngstes Mitglied Ich hätte dich beinahe nicht wiedererkannt Wir haben leider keine Zeit für Höflichkeiten Ich muss dringend in den Tempel Ich möchte dir davon abraten Der Tempel wurde überfallen Jemand ist hier durch die Katakomben hinein Und hat alle Eingänge versiegelt Ich weiß Milton hat gesagt Zu dritt könntet ihr die Barriere da drinnen knacken Was ist mit der hier? Dilettantische Arbeit Aber mit viel Kraft gespeist Ningal und ich könnten für dich eine kleine Bresche schlagen Gut tut das Was ist hier überhaupt los? Milton kann dir alles genauer erklären Ich muss jetzt ein paar Kultisten töten Ich muss jetzt ein paar Kultisten töten Und zack ist die Barriere weg Erschlage die Belia Kultisten Du bist in den Tempel gelangt Wenn es dir gelingt Die Belia Priester zu erschlagen Wird die äußere Barriere fallen Ach das ist eine Sie Wie hat die mich denn erwischt? Oh Hi Schattenläufer Talisman 100 Lebensenergie 8 Nahkampfkraft Ah schade Ja Ja Ähm Aber Besser als das Das behalten wir mal Und das tun wir mal dahin So Nächster Kultist Nächster Kultisten Entschuldigung Ich kann nicht riechen Das ist schön Dass ihr mich riechen könnt Töten 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 Vier Gräber Und sonst nichts Okay Manche Entscheidungen muss ich nicht nachvollziehen, oder? Design-Entscheidungen Sehr gut Pyrokras Insignia Das Abzeichen des obersten Magiers des Innos-Tempels in Sonjara Was aus ihm geworden ist, ist nicht bekannt Seine Leiche wurde nie gefunden Ich glaube nicht, dass der überlebt hat Und einfach abhauen würde Britannische Sturmhaube des Weisen Gitarrens Drei 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 Okay. Zack. Und zack. Zack. Die sechste Schloss. Jetzt kommt. Ich wollte schon sagen, ey. Was ist denn da los jetzt? Hallo. Wenn einmal der Wurm drin ist, ne? Und Tränen Innos. Der Legende nach sind die Tränen Innos tatsächlich bla bla bla. Das kennen wir ja schon. Gut. Wir können jetzt herstellen. Erwachter Innos Thorn. Herstellen. Danke. Das ist nämlich etwas, was ich herstellen wollte. So, ihr Bedia-Kultisten. Ihr habt keine Chance. Idiot. Gehst da nicht raus. Töten. Töten. Ja. Dumm. Ich kann dich hören. Ich finde es cool, dass du als Frau die Stimme eines Mannes hast. Ich finde es geil, dass die Barriere absolut nicht funktioniert. Töten. 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 So. Da waren es nur noch zwei. Ich kann dich riechen. Und da wird es auch rausfallen. Ich kann dich riechen. Ja. Macht, was sie wollt. Töten. 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 Barrieren sind auch nicht mehr das, was sie immer waren. Das Amulett des Schläfers. Du hast die Bedia-Kultisten im Tempel von Sonjara erschlagen. Die Barriere, die sie um den Tempel herum errichtet haben, ist in sich zusammengebrochen. Berate dich mit den Großmeistern von Toshu, wie du am besten an das Schläfer-Ammulett kommst. Da gibt es zum Glück einige Möglichkeiten. Innerstatuette. 28 Stück. Rotes Erz. Dann haben wir hier 29 und hier haben wir dann 30. Sens der Unsterblichkeit. Ah, da. Gute Arbeit. Die Barriere ist gefallen. Nur die um den Tempel. Wie kommen wir an das Amulett des Schläfers heran? Das scheint in der Tat ein Problem zu sein. Die Großmeister sind sich uneins. Aber immerhin scheint jeder der drei eine mögliche Lösung gefunden zu haben. Rede am besten selbst mit ihnen. Äh, was ich ein bisschen merkwürdig finde. Ich suche eigentlich eine bestimmte Robe noch. Bin ich zu doof, um die zu finden, oder? Ich dachte, die wäre hier in dem Tempel versteckt. Habe ich alle Truppen gefunden? Oder habe ich die mal übersehen? Ähm, der Großmeister von Tushu. Die Großmeister von Tushu kennen verschiedene Wege, die Barriere, die das Amulett des Schläfers umgibt, zu brechen. Medarion hat einen Vorschlag. Ninga hat seine eigene Vorstellung, wie die Barriere zu durchbrechen sei. Weil Milden hat auch eine Idee, wie man die Barriere brechen könnte. Ich bin tatsächlich am überlegen. Wie habe ich das übersehen? Ich suche eigentlich eine Feuermagier-Robe. Die kann man nämlich in dem Spiel auch finden. So, wir reden jetzt aber erstmal mit den Großmeistern, würde ich sagen. Bevor ich nach dieser Robe suche. Nehmen wir mal mit Ningai. Eins wundert mich. Müsstest du nicht auf der Seite der Kultisten stehen? Immer diese Frage. Ich stehe auf meiner Seite und der Seite meines Herrn. Diese Kultisten sind verblendet. Verblendet? Ihre Sicht, Belias, ist naiv. Mein Herr steht für weitaus mehr als wahllose Zerstörung. Sie sind Ketzer und müssen sterben. Daranis hat gesagt, du hast eine Idee, wie wir in das Amulett des Schläfers herankommen. Ich bin ganz ohr. Wir können die Barriere sprengen. Womit? Während du die falschen gläubigen Belias getötet hast, hat mich eine blauhäutige Harpia angegriffen. Eine Anbael. Drorhangs Tod muss Xesha verunsichert haben. Anbael? Interessant. Die Macht meines Herrn war stark in ihr. Doch ich war stärker. Ihre Lebenskraft war sehr... erfrischend. Was hat das mit der Barriere zu tun? Sie wurde von den Schafen des Innos errichtet. Wenn wir sie mit der dunklen Macht Belias durchtränken, wird es sie zerreißen. Was willst du tun? Anbael auf der Barriere opfern? Ihre Herzen dürften reichen. Im exquisiten Augenblick des Todes ballt sich die... Danke, den Rest will ich nicht wissen. Wie viele Herzen brauchst du? Ich kann noch fünf weitere Anbael in der Stadt spüren. Im Hafen, im Reichenviertel, im Arenaviertel, im Armenviertel und... hier im Tempeldistrikt. Das dürfte reichen. Was tust du hier? Ich kann die Präsenz der Anbael immer noch spüren. Wie kommen wir an das Amulett des Schläfers heran? Die Hochmagier des Tempels haben ganze Arbeit geleistet. Um diese Barriere zu bannen, würden wir eine gewaltige Menge an Mana benötigen. Wir müssten die Barriere praktisch unter magischem Erz begraben. Doch bis genug Erz aus Korinis eintrifft, könnten Wochen, ja sogar Monate vergehen. Verdammt! Ich habe aber eine andere Lösung parat. In den Katakomben habe ich eine versteckte Mana-Rune entdeckt. Einer Eingebung folgend habe ich sie aus ihrer Verankerung gelöst. Und siehe da, die Barriere ist schwächer geworden. Wir müssen also nur alle Runen entfernen und die Barriere fällt in sich zusammen? So ist es. Jede entfernte Rune gibt die nächste frei. Wir können die Barriere Stück für Stück entflechten. Wo sind die anderen Runen? Vermutlich in der Stadt verstreut. Ich konnte beim Entfernen der Rune einen flüchtigen Einblick in die damaligen Sinneseindrücke des Magiers gewinnen, der die Runen gezeichnet hat. Wenn wir eine geistige Verbindung herstellen, könnte ich dich von Rune zu Rune leiten. Wie viele Runen sind es? Die Potenz der Runen dürfte exponentiell anwachsen. Also rechne ich mit maximal drei weiteren Runen. Wo ist die nächste Rune? Als ich die erste Rune an mich genommen habe, hat mich das folgende Echo erreicht. Der Wind in meinem Haar, der Geruch von Salz. Ich bin außer Atem und mir ist ein wenig schwindelig. Hinter mir lodernde Hitze. Das hat der Magier gespürt, als er die Rune gezeichnet hat? So ist es. Vielleicht kannst du daraus auf den Verbleib der Rune schließen. Ich würde sagen, das ist ein Leuchtturm. Ich habe zu tun. Kannst du die Barriere bannen? Ja. Vor ein paar Tagen habe ich in den Überresten einer Mauer das hier gefunden. Was ist das? Sternenerz. In einem so kleinen Brocken ist so viel Mana gespeichert, wie in einem mannshohen Haufen magischen Erzes. Ich habe Nachforschungen angestellt. Anscheinend ist am Tag des großen Erdbebens ein Stern geborsten. Seine Splitter sind über die Stadt hinabgeregnet. Ein paar Brocken mehr und... Wie viele von diesen Brocken brauchst du? Alle, die wir kriegen können. Meine Nachforschung nach dürften sich in der Stadt noch mindestens sieben Brocken befinden. Du hast nicht zufällig eine Ahnung, wo diese Brocken herumliegen. Die habe ich. Den Berichten von Augenzeugen nach ist ein Brocken in die Festung gestürzt. Einen anderen müsstest du im Armenviertel finden, dort wo du die Opelisken für Ningal aktiviert hast. Zwei weitere dürften irgendwo im Hafenviertel liegen. Und nicht weit von hier, im Tempeldistrikt, sind angeblich sogar drei Brocken eingeschlagen. Okay, ja, das sind die ganzen Aufgaben, die wir machen können. Und ich gucke mal, wie viel ich davon machen werde und was wir alles machen werden. Medarion hat dir geraten, die drei verbliebenen Mana-Ruhen, die die Barriere um das Amulett des Schläfers mit Magiespeisen zu finden und aus ihrer Verankerung zu reißen. Er hatte einen flüchtigen Einblick in die damaligen Sinneseindrücke des Ruhenzeichners, windet seinem Haar der Geruch von Salz. Er war außer Atem und ihm war schwindelig, hinter ihm lodernde Hitze. Ningal will die Barriere mithilfe der Macht Belias brechen. Die fünf Anba-El, die sich in Zonjara aufhalten, kommen ihm dabei gelegen. Wenn du ihm ihre Herzen bringst, kann er mit ihrer Essenz die Barriere niederreißen. Die fünf Anba-El befinden sich im Hafen, im Reichenviertel, im Armenviertel, im Arenaviertel und im Tempeldistrikt. Mithen hingegen schlägt vor, die Barriere zu bannen. Dafür bündet der allerdings sieben Brocken Sternenerz. Er hat dir erzählt, dass es tatsächlich Sternenerz in Zonjara gibt, aber es ist über die ganze Stadt verteilt. Suche Sternenerz für Mithen. Oder reiße in der Anba-El ihre Herzen heraus. Entferne die erste der drei verbliebenen Mana-Ruhen. Da, Herzen für Ningai. Hier ist das Sternenerz. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und sieben. Okay. Gut. Dann wähle ich aber den Part an dieser Stelle. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Vielen Dank für das Dabeisein. Und, ja. Dann sage ich ciao. Bis zum nächsten Part. Und ich suche irgendwie nochmal die Feuerrobe. Mal gucken, wo ich die vergessen habe. Aber bis dahin sage ich ciao. Und macht's gut. Tschüss.